Warum ist denn dieser Scheiß so fucking kompliziert? Das ist doch voll sinnfrei. Hallo, so eine Turtle, die kannst du programmieren, wie du die haben willst. Das ist nicht automatisch, dass die die Gänge entlang geht und so. Irgendeiner hat sich da drangesetzt voll ewig und hat die Scheiße programmiert. Wolle ich mich am Arsch, was hast du denn hier unten aus mittlerweile gebaut? Eine Baumfabrik. Aber deswegen wollte ich auch vier Mining Turtles. Was ist das gerne? Haben, Brand. Dann bau dir doch vier. Hab ich schon. Nur Peter kennt den ganzen Code nicht aus, wenn ich die Oberwurst. Warte mal. Finde ich. Kannst dich echt nicht auf Peter verlassen. Reicht mal, Peter. Das Geile ist auch, weißt du, dass wir uns im Prinzip aktuell nur mit der Industrial Craft Mod rumschlagen, wa? Nein, ich bin bei CompuCraft. Da kennt Peter ja die Passwörter hier nicht. Passwörter? Willst du nicht sechs Stunden fahren? Ja, wir können ja die Mining Turtles achten, nee, kommen wir nicht. Jetzt tu nicht so, als wäre ich nervös. Ich hab mir wenigstens vorher den Scheiß mal angeguckt, damit wir überhaupt einen Turtle anlaufen. Ich bin davon ausgegangen, dass er tut ja nicht. Jetzt tut er wieder so, wenn er jetzt mal Dieter ist. Ich bin der Fuller aufgekommen, damit du selber nicht nachdenken musst, Mama. Alter. Bram ist dieser komische Laser aufgeladen, da muss ich, glaube ich, mal auf Peter schießen. Ja, ist der. Denk aber dran, aus den Truhen dann hier auch immer wieder den Stein zu holen. Alles klar, wir verstehen uns. Wir sind schon wieder hier so im Gaga-Modus, einfach nur, ich kann mich auch nicht mehr konzentrieren. Ja, gerade ist echt scheiße, hör auf. Jetzt alle. Lass Vent Rush machen. Hier ist eine ganze, ich hab mittlerweile eine ganze Diamantentruhe voll mit irgendeinem Scheiß. Das war schön. Da war ich durch und durch weiß. Hast du Durchfall? Ja, genau, ich hab Durchfall. Oh, das hab ich euch noch gar nicht erzählt. Jetzt bin ich auch gar nicht auf der Gamescom. Weil, äh, so ein Kryptosporidienkalb da war und ich so ein, äh, von der Mutter, also von der, von Mama, Mama Kuh, hab ich so, so ein, so ein, so ein Schlag mit einem Schwanz ins Gesicht gekriegt, also der Rute. Äh, da könnten halt die Dinger dran gewesen sein und die, das sorgt für eine Woche Brechdurchfall. Ja, dann musst du doch mal die Kuh zu Peter. Und triffst dann Brechdurchfall. Das wäre doch voll geil. Das wäre sehr ansteckend. Da, da kenn ich, kann man Peters Wohnung mit Brechdurchfall streichen? Ich mein, du könntest zumindest in zwei Richtungen gleichzeitig streichen.